Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein neues Jahr liegt frisch und unberührt vor uns. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie es sich entfalten wird. Obwohl wir unser Leben und unser Schicksal nicht kontrollieren können, möchten wir doch alle beim Blick in die Zukunft glücklich sein. Wir möchten in Freiheit und Geborgenheit leben. Wir möchten, dass sich das Leben für uns und unsere Nächsten erfüllt. Eine wissenschaftliche Studie in 50 Nationen hat gezeigt, dass die ärmsten Völker offenbar glücklicher sind als die Menschen in reichen westlichen Industrienationen. Materieller Besitz, Ruhm oder Schönheit sind keine Garantie für ein glückliches Leben. Der Buddhismus lehrt seit 2000 Jahren, dass unser Glücklichsein abhängig ist von unserem Geisteszustand. Dass ein glücklicher, friedlicher Geist die Welt froh und friedlich wahrnimmt. Ein enger, konfliktbeladener Geist, der gegen die Welt düster und zerstritten sieht. Wie erreichen wir einen Geisteszustand, der glückliches Leben bewirkt? Wir können nur zu einem besseren Leben finden, wenn wir darauf achten, wie wir uns in Beziehung zu anderen verhalten, welche Absichten wir hegen und wohin das führen soll, was wir denken und was wir tun. Sittliches, liebevoll mitfühlendes Handeln ist eine Voraussetzung für inneren Frieden und Glück. Für jeden von uns ist es ein großes Geschenk, wenn wir in einer Familie und einer Gesellschaft leben, in der man sich in aller Freiheit aufeinander verlassen kann. Doch gehen wir wirklich achtsam und mitfühlend miteinander um? Wie oft tun wir etwas ganz anderes als das, was wir selbst für richtig halten? Wie oft sind wir uns gar nicht im Klaren über die Motive unseres Handelns? Wir brauchen jeden Tag die Bereitschaft, noch wacher und aufrichtiger zu sein, denn in unserem komplizierten Alltag treffen wir häufig nicht die Entscheidungen, die unserem innersten Wissen entsprechen. Wir haben nicht den Mut, Unrecht zu benennen. Wir nehmen manches stillschweigend hin, was unseren Protest erfordern würde. Wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit, um Konflikte und Vermeidungsverhalten anzusprechen. Buddha entwickelte einen genauen Übungsweg, um unser Zusammenleben mit anderen Menschen harmonisch zu gestalten. Ausgehend von Achtsamkeit und Verstehenwollen lernen wir auf diesem Weg, Geistesgewohnheiten zu unterscheiden und bewusst herbeizuführen. Sinnvolle Eigenschaften werden kultiviert, unheilsame, leidbringende Geistesgewohnheiten gilt es zu erkennen und loszulassen. Zwei typische geistige Grundhaltungen können wir bei uns und unseren Mitmenschen als Lebenseinstellung erkennen. Die eine ist geprägt von festen Vorstellungen und ausgeklügelten Konzepten über das Leben. Es gibt Bilder und Erwartungen, die sich erfüllen müssen, und großen Unmut, wenn es nicht so kommt, wie man es sich vorstellt. Enge Gedankengebäude rufen andauernd Enttäuschung hervor. Sie wirken trennend und befremdend. Wir schließen das Herz und rücken unsere Nächsten weit weg von uns. Alles, was nicht ins Bild passt, was wehtut oder unangenehm ist, wird ausgeblendet. Dem starrköpfigen Menschen erscheint die Welt unfreundlich, sogar feindlich. Die andere Grundhaltung zum Leben zeichnet sich aus durch ein ständiges Bemühen um Verständnis, Offenheit und Loslassen. Wem die Verbindung zwischen Menschen wichtiger ist als die Kalkulation, wer bereit ist, seine Ansprüche zugunsten von gemeinsamen Lösungen loszulassen, dem erscheint das Leben wertvoll. Eine aufgeschlossene, akzeptierende Haltung zu allen Erfahrungen macht das Leben erst wirklich lebenswert. Je weiter wir auf dem buddhistischen Weg voranschreiten, desto mehr erfahren wir Leben als Bezogensein. Unsere Einstellung zu den Lebensereignissen zeigt, wie viel innere Reife sich bereits entwickelt hat. Der amerikanische Theologe Charles Swindle beschreibt diesen Prozess mit folgenden Worten. Je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich die Bedeutung unserer Lebenseinstellung. Die Lebenseinstellung ist für mich wichtiger als alle Fakten, wichtiger als Vergangenheit, Erziehung, Geld, wichtiger als Erfolg oder Versagen, wichtiger als das, was andere reden oder tun. Die innere Haltung ist wichtiger als die Erscheinung, die Begabung, die Ausbildung. Egal ob in der Firma, der Kirchengemeinde oder der Familie, unsere Einstellung entscheidet über Gedeihen und Misslingen. Wir müssen uns klar machen, dass wir jeden Morgen neu entscheiden können, mit welcher Einstellung wir in den Tag hineingehen. Das Vergangene können wir nicht ändern. Wir haben auch keinen Einfluss darauf, wie andere sich verhalten. Das Einzige, worauf wir wirklich einwirken können, ist unsere Einstellung. Ich bin überzeugt davon, dass unser Leben zu 10% aus dem besteht, was geschieht, und zu 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Und so wird es auch mit Ihnen sein. In unserer Hand liegt es, welche Haltung wir einnehmen zu dem, was geschieht. Soweit das Zitat von Charles Swindle. Vielleicht denken Sie, Liebe, Mitgefühl, Verständnis für sich selbst und andere sei uns in die Wiege gelegt. Doch das ist ein Irrtum. Diese wohltuenden Gefühle entstehen nur durch bewusst geübte Verhaltensweisen. Buddhas Lehre zeigt uns, dass Ärger, Furcht und Widerwillen Gewohnheiten sind, mit denen wir unsere eigenen Kräfte einschränken. Wir haben die Wahl, ob wir den Kopf in den Sand stecken oder mit offenen Augen zu unseren Widerständen hinschauen. Statt uns in Trotz und Auflehnung zu verlieren, suchen wir eine weiche Antwort, eine innere Einstellung, die uns und anderen Menschen wohltut. Leben ist Beziehung. Wir stehen immer in Beziehung mit irgendetwas. Doch es ist nicht einfach, Nähe zu anderen zu schaffen. Wuchs man wie wir in einer Kultur des Inneren voneinander getrennt Seins auf, gezeichnet von Verletzungen und ungestillter Sehnsucht, ist es oft schwer, im Umgang miteinander gegenwärtig und respektvoll zu sein. Unsere Aufmerksamkeit in Beziehungen muss sich immer wieder auf den Raum zwischen uns und anderen ausrichten. Indem wir uns bewusst machen, wie unser Geist das Trennende produziert, rücken wir einander näher und schaffen Verbindung und Gemeinsamkeit. In der Pali-Sprache, die man zu Buddhas Zeiten sprach, wurden Herz und Geist nicht voneinander unterschieden. Das Pali-Wod Chitta bedeutet ebenso Herz wie Geist. Daraus können wir heutzutage schließen, dass die buddhistische Geistesschulung stets auch eine Schulung des Herzens ist. Auf Buddhas Übungsweg werden Herz und Geist nicht voneinander getrennt. Um ein glückliches Leben führen zu können, brauchen wir ein waches Hinhören zu den Bedürfnissen des Herzens. Wir müssen lernen, die Sprache des Herzens zu verstehen. In unseren Schulen und Universitäten wird das viel zu wenig bedacht. Neben all dem Wissen, das Kindern vermittelt wird, sollten schon in frühen Jahren Herzensfähigkeiten wie Mitgefühl, Großzügigkeit und Aufmerksamkeit erkundet werden. Kinder müssen lernen zu unterscheiden, wann sie unheilsame Absichten verfolgen und welche Konsequenzen verletzendes Handeln hat. Von Kindesbeinen an brauchen wir den lebendigen Dialog mit dem eigenen Herzen. Im Buddhismus ebenso wie in anderen Religionen steht das Bemühen um Liebe und Mitgefühl im Mittelpunkt. Der Dalai Lama sagt, Meine Religion ist Freundlichkeit. Ich betrachte es als meine Hauptaufgabe, wirkliche Humanität unter den Menschen zu fördern. Wir brauchen als menschliche Wesen Grundwerte. Die innere Anbindung an unsere Menschlichkeit ist entscheidend für das Leben auf unserem Planeten. Können wir Mitgefühl und Verantwortung in unser zeitgenössisches Denken mit aufnehmen, fragt er? Nicht das Streben nach einem ständig wachsenden Bruttosozialprodukt macht uns glücklich. Auch nicht das Suchen nach noch mehr exotischen Reizen. Viel wesentlicher ist unsere Bereitschaft, tief in unser Herz hinein zu horchen und einander ehrlich in die Augen zu schauen und zu sagen, was uns bewegt. Der Buddhismus sagt, dass Liebe die Fähigkeit ist, die Freude und das Leid anderer Menschen vollständig nachzuempfinden und dabei die eigene Mitte, die Liebe zu sich selbst, nicht zu verlieren. Buddha spricht von vier besonders feinen Herzgeistzuständen, die er als die vier himmlischen Gefühle bezeichnet. Sie heißen Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit. Und es gibt eine spezielle Meditationsform, die Metameditation, um diese Gefühle zu erkennen und zu kultivieren. In der Metameditation üben wir den natürlichen Impuls, einander die Hand entgegenzustrecken und Brücken zu bauen, alles Leben zu unterstützen und zu helfen, wo immer wir können. Mitgefühl ist der Aspekt der Liebe, der von Beziehung lebt, vom Mitschwingen, von der Resonanz. Mitgefühl möchte den anderen in seinem Leiden liebevoll begleiten. Mitgefühl wirkt tröstend und verbindend und gibt uns die Gewissheit, nicht alleingelassen zu werden, wenn wir uns schwach und hilflos erleben. Mitfühlend sehen wir alle Menschen als Mitglieder einer großen Familie, die wir respektieren und nach besten Kräften unterstützen möchten. Was uns von anderen Menschen trennt, sind Erwartungen, Konzepte oder Vorstellungen davon, wie sie sein sollten. Indem wir uns auf das Gute in uns und anderen Menschen konzentrieren, bildet sich Mitgefühl. Wir tun nicht so, als gäbe es die schlechten Eigenschaften nicht. Wir sehen sie, ohne uns darin festzubeißen, ohne sie zu zerpflücken. Verständnis für Unvollkommenheit in uns selbst und anderen erlaubt uns, Fehler zu verzeihen. Ganz natürlich werden gute und liebevolle Gefühle in uns wachsen, wenn wir bereit sind, zu verstehen und zu vergeben. Vor allem aber wird unser Mitgefühl von Dankbarkeit genährt. Wir haben in unserem Leben schon auf so viele Weise Hilfe und Herzlichkeit von anderen bekommen. Wir haben guten Grund, uns so oft wie möglich daran zu erinnern. Denn Dankbarkeit wärmt und öffnet unser Herz. Auch wenn wir den Lauf unseres Lebens nicht in der Hand haben, können wir dem Leben doch Respekt und Dankbarkeit entgegenbringen. Wer der Sprache des Herzens Priorität einräumt und aufmerksames und mitfühlendes Verhalten bewusst übt, legt damit die Grundlage für ein glückliches Leben in unserer Gesellschaft. Abschließend möchte ich Ihnen die vier klassischen buddhistischen Herzenswünsche, die in der Metta-Meditation im Mittelpunkt stehen, mit auf den Weg in Ihr neues Jahr geben. Mögen Sie glücklich sein. Mögen Sie wohlbeschützt in Frieden und Freiheit leben. Mögen Sie gesund sein. Und mögen Sie freudig und unbeschwert durch Ihren Alltag gehen.